hallo und herzlich willkommen leute beim originalen darkfighter heute habe ich was richtig 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 krasses vor und zwar werde ich heute ein auf hacker machen ich habe meinen zweiter account op gegeben auf dem server königsmine und ja das wird jetzt ziemlich lustig so wie ihr seht ist das hier handy singen mein zweiter account und wenn wir mal gucken müsste ich jetzt op schon haben also slash gm1 dürfte gehen tatsächlich also ich habe game mode ja also komplett op und ich werde jetzt als erstes was machen wir als erstes ich hoffe es merkt kann also schnell ich bin ich bin ein hacker und werde den server zerstören so das kann man ja schon mal so machen oder ich setze mich noch mal ins ordner das ist natürlich dann noch besser set cube handy könig das ist ja dann da ohne so ich zerstöre den server jetzt müssen sie merken dass es auf jeden fall nicht mit rechten dingen zu geht ich habe ein backup gemacht vorher ich bin schon ein bisschen aufgeregt irgendwie ich bin irgendwie über aufgeregt gerade ich werde mal so ein paar op sachen mir geben und jetzt einfach loslegen spawner biegen ne jetzt heißt er hier leuchtfeuer leuchtfeuer kommen wir spammen hier alles zu habe op zeug stack weise beacons kommt cb spawn hoffentlich werde ich nicht gewandt oder so ich gehe kaputt okay das wird jetzt schon ein bisschen lustig also aber jetzt kriege ich glaube ich eine schöne erste nachricht gleich ja 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 ich kriege die nachricht okay cool dass du es auf jeden fall meldet aber ist ja nur ein kleines trolling video so aber am ende machen wir was richtig krasses also am ende machen wir eine richtig krasse scheiße warte ich habe flashfly eigentlich angemacht oder flashfly so ich zitter richtig ich habe richtig angst los geht's oh wie sie schon alle dastehen hier sind jetzt vorne und 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 ich habe natürlich ein backup gemacht keine angst es wird natürlich hier alles dann wieder gelöscht uiuiui uiuiui ich zerstöre alles oh mein gott ey ich gehe kaputt scheiße ey leute ich habe so eine angst gerade irgendwie ich weiß nicht warum ich habe richtig angst dass das backup oder so nicht hinhaut aber ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen aber ich mache jetzt glaube ich was richtig 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 oh jetzt oh 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 fuck ich wurde gefangen leute ich entband mich mal kurz dann sehen wir uns gleich wieder so leute ich hab mal ein bisschen hier rum geschrieben alles gut jetzt gehts weiter ähm hehehe mal sehen wie sie reagieren wenn ich jetzt wieder drauf bin 15 leute sind und das wird so krank einfach nur. Okay, ich muss mich jetzt zusammenreißen. Ich muss mich echt zusammenreißen, weil mir tut es auch leid halt, weil neue Spieler draußen sind und sagen, das ist der beste Sauber. Mann, das ist echt schlimm. Das ist wirklich schlimm. Ich bin der Beste Hacker. So. Spieler, die hassen mich jetzt schon. Ich gebe immer nachts mit schlecht Belohnung. Das könnt ihr auch alle machen. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Ich habe eigentlich richtig was Krankes vor. Also das ist jetzt echt krank. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Ich weiß nicht. Oh, ich habe eigentlich schon was krasses vor, aber ich habe da halt richtig Angst, weil das halt echt zu krank ist. Warte, ich mache einfach mal das. ähm, Slash, GIF, Money. Ah ne, warte, warte, warte. Ich setze erstmal mein Money Set. Money, Handy. Ich gebe mir jetzt einfach mal sau viel Geld. Okay, okay, okay. Jetzt pay ich allen. Pay at all. Ich pay allen einfach mal. 100k, Leute. 100k für jeden. Ich gehe kaputt. Ich gehe kaputt. Jetzt muss ich langsam aber kurz. Puh. Gut, dass ich ein Backup habe. Gut, dass ich ein Backup habe. Oh, Leute. Gut, dass ich ein Backup habe. Ich gehe kaputt. Ich gehe kaputt. Was kann man noch machen? Was kann man noch machen? Was kann man noch machen? Oh, ich könnte einfach... Leute, ich habe so ein Schiss gerade. Das ist halt echt krank. So. Warte, warte. Ich gebe jetzt allen 5 Millionen. Ich gebe allen einfach 5 Millionen. Warte, pay it all. 5. Oh nein. Ah, 5. Millionen. Oh, Leute. Das ist so krank. Das ist einfach noch so krank. 5 Millionen. Das ist so viel Geld. Oh, Leute. Nein. Ich zitter richtig. Ich zitter richtig. Ich zerstöre euch. Ich zerstöre euch. Ja, ich habe schon mit dir abgesprochen, dass er sowas schreibt. Scheiße, Leute. Okay. Also, eigentlich haben wir ja ein Backup. Deswegen kann ich es eigentlich machen. Ich zerstöre den CD-Build. So, Leute. Das ist das letzte Ding. CB. So, warte. Okay, slash MB. Delayed. Oder nee, we move was, glaube ich. We move. Okay. Und jetzt. Wir haben unseren CB aus der See-Q genannt. Wenn ich das jetzt eingebe, Leute. Dann ist der CB weg. Dann ist er einfach weg. Scheiße, ich gehe kaputt, Leute. Ich gehe kaputt. Der CB ist zerstört. Bye-bye. Okay, Leute. Das war so ein Video. Das ist finde ich jetzt echt zu krank. Ich reloade jetzt. Ich mache auf jeden Fall das nur das. Ich mache auf jeden Fall wieder das andere Ding drauf. Das Backup. Feiert das Video. Gebt einen Daumen hoch, weil es euch gefallen hat. Ich bin raus. Ich sage ciao.